Ich bin mit zehn nach Österreich gekommen und konnte zu der Zeit kein Wort Deutsch sprechen. Ich hatte großes Glück mit einigen meiner Lehrerinnen und Lehrer, die viel Geduld und große Aufmerksamkeit gezeigt haben. Dank diesen Menschen und einigen meiner Mitschüler konnte ich mich recht schnell einleben und die Sprache erlernen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, Sprachen zu erlernen und eine gute Ausbildung zu bekommen, um ein glückliches und zufriedenes Leben führen zu können. Während meiner schulischen Laufbahn habe ich leider nicht nur gute Erfahrungen gesammelt. In manchen Unterrichtsfächern wurde sehr wenig mitgegeben und die Bedürfnisse der Schüler fanden kaum Beachtung. Dabei ist es essentiell, dass die Schüler Vertrauen in ihre Lehrkräfte und das Schulsystem haben und die Angst überwinden, sich weiterzubilden und sich weiterzuentwickeln. Mein Hochschulstudium habe ich erst viele Jahre nach meinem Hauptschul- und Hochschulabschluss absolviert. Frei nach dem Motto, lieber später als nie. Ich weiß also, wie herausfordernd es ist, mit 40 zu studieren und ich wünschte, jemand hätte mich damals in meinen jungen Jahren motiviert, mich weiterzubilden. Daher will ich die Schülerinnen und Schüler motivieren und sie dabei unterstützen, sich für ihre Ziele einzusetzen. Das ist wichtig. Vielen Dank.